Was geht ab Leute? Willkommen heute zu einem neuen Video. Wenn ihr vergessen seht, ihr könnt auch gerne ein Like da lassen und ein Abo und die Glocke aktivieren und auch einen Teil der Youssef Noor Gang Armee beizutreten. Das wird richtig cool, aber jemand fehlt noch. Und der ist hinter mir. Das ist der Noor. Und heute wollten wir zum Endeportal gehen. Wir haben uns schon Sachen vorbereitet, wie ihr seht. Ja, und wir haben eine komplette Diamantrüstung, das seht ihr bei Noor. Und wir haben ein paar Fackeln und wir haben ein paar Blöcke, um uns hochzubauen. Und dann sagen wir, los geht's. Geht's. Hau. Wir sind hier jetzt eigentlich unter der Erde und bauen jetzt uns hoch. Ja, gute Idee mit einer Spitze. Wir haben ja, Youssef, wir haben ja unser Holz, damit können wir es hochbauen. Und aufpassen. Und wenn ihr es auch machen wollt, den Enderboss anzugreifen, dann müsst ihr sehr aufpassen, weil er ist sehr stark. Ich und Youssef haben schon mal gegen ihn gekämpft. Und wir hatten nur noch einen halben Herz. Ja, und jetzt seht ihr, wir sind oben. Und ich sag euch einen Tipp. Schaut niemals ein Enderman auf die Augen, dann greift er dich an. Und das ist nicht gut. Und wenn ihr genau das machen wollt, was ich mache, denkt immer an TNT. Und hinter mir ist ein Enderman. Und hinter mir ist jetzt eine Explosion. Schnell weg, Ripp. Schnell weg, Ripp. Und zwei getötet. Und ich hab dreieinhalb Leben. Es macht echt Spaß. Esst schnell einen Koupé-Golf. Danke, Kuh, ich hab einen Enderperle. Nein. Wie ihr seht, wir kämpfen gerade gegen Endermans. Und das ist richtig schwer, weil die ja weg teleportieren sich. Das finde ich immer blöd. Schnell goldeinpfel. Oh nein. Und dann, komm, wir gehen zum Enderperlen. Ja, und eine Sache. Ihr seht doch diese schwarzen Türme. Ihr müsst diese Dinge auf die schwarzen Türme zerstören. Das sind die Energiekristalle des Enderperlen. Und die schützen sie ihn immer. Nur wenn du ihn einmal schlägst und er Schaden bekommt, dann würden diese Kristalle ihn wieder, immer wieder überleben. Das ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und ihr seht da, ich und Yusuf bauen uns schon ein Buch. Auf den ersten. Ja, diese Dinger sind echt schließlich. Aber ihr müsst aufpassen, denn sie explodieren. Und man kriegt zwei Schadenherzen. Zwei Herzen, Schadenherzen. Und jetzt brauche ich mich dann nach hinten. Ich bin gestorben. Und Yusuf, du musst dich gleich in das Enderportal wiederholen. Und dann holst du dir deine Sachen wieder. Und ich überlebe so lange. Hoffentlich. Ihr seht, wir haben eine Challenge gemacht. Wer als längstes in der Portal überlebt, aber Yusuf, wow. Der muss, bei ihm ist es jetzt schwer, weil er hat jetzt keine Blöcke mehr. Und ich muss alleine gegen den Ender Dragon kämpfen. Ja, ich komme wieder zurück. Und gleich mache ich den riesigsten, den aller riesigsten Tour von TNT. Ihr seht, dann baue ich so Blöcke ab und dann nehme ich sie wieder nach oben. Das ist unsere erste Folge. Ja, und hoffentlich, wie ihr schon gesagt habt, lasst ihr ein Like und ein Abo da. Und ich muss mich jetzt nach unten bauen. Oder es gibt einen Sprung. Nein, bin ich mir geschwommen. Hau ab, Spinne. Spoiler. Und Yusuf, kannst du mir ganz kurz helfen? Bist du. Ich bin ganz unten. Ja, ich gucke keinen Enderman an. Das ist nicht gut. Und wie ihr seht, ich habe die Challenge gewonnen, aber ich bin aufgestorben. Das heißt, wir beide haben so halt gewonnen. Und daneben ist ein Enderman, wo es meine Sachen sind. Auf, da bin ich jetzt schon. Das sind meine Sachen. Ich sammle auch meine Sachen rein. Und es ist schon ein Goldäpfel. Und ihr müsst sehr aufpassen, wenn ihr da reingeht. Denn ein paar Endermans, die sind auch nicht nur stark. Die teleportieren sich auch hinter ein und so. Ja, die sind übelstark. Die sind überall. Und die können immer, die können irgendwo, die sind überall. Und ihr seht, ich habe Pfeile gefunden. Ja. Kann ein Jaube geben. Leider. Und hinter mir und ober mir ist ein Ender-Drain. Das ist nicht gut. Und der Bissen holst du deinen Boden und dein Pfeil raus. Und greifst du ihn. Und deine Ender-Perle, die du von mir aufgesammelt hast. Und dann grabe ich mich weiter nach oben. Ja. Und dann zerstöre ich die Tür mal, bis es neu kommt. Und ich bin gleich da. Nur halt mit meiner Hand dieses harte Sand abzubauen, ist ziemlich schwer. Und ich frage schon jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, also müsst ihr wieder ein Like und so geben. Und schreibt auch unten in die Kommentare, in welchem Portal wir noch eingehen sollen. Ja, im Diamant-Portal. Im Nether-Portal. Und, aufgerechnet, ich bin neben dem... Was? Irgendjemand hat diesen komischen Brunnen kaputt gemacht. Oh nein. Stress. Und wie ihr seht, ich baue mich rüber. Das dauert sehr lange. Und wie ihr seht. Und ich bin gestorben. Ja, und ich muss gegen die Ender-Drappe kämpfen. Und ich muss mal eine setzen. Und es ist hier Tag, ja. Und wir machen jetzt gerade weiter und eine Spinne ist gerade. Und ich habe die Spinne gerade mit dem Ender-Portal gekickt. Nicht angucken. Und erst mal... Ich gebe euch nur einen Tipp. Guckt die niemals in den Augen an. Sonst greifen sie euch an. Ich gucke dich an. Triff, Mund, Mund. Jetzt renne ich lieber weg. Nein. 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 Ender-Dragon, alles klar. Und er ist gestorben. Ja, und dann verarbeite ich mal das Holz. Und dann kriege ich mehr Holz. Und jetzt... Ich kenne doch... Alter, ich kenne sie echt nicht zum Spaß und ab. It's up, it's never. Nein, die Spinne ist nicht in's never. Nein, die Spinne ist nicht in's never. Und dann nehme ich meine Goldäpfle als erstes ein und ziehe meine Rüstung an. Nicht angucken. Nicht angucken. Und außerdem, dass sie... Ähm... Außer dem, dass sie einen nicht in die Augen gucken sollen, hast du schon gesagt. Ich könnte auch mal eine Diamantrüstung verzaubern machen. Ja, und hier ist irgendein Brunnen oder was. Weiß nicht. Ich kenne schnell den Ender-Dragon an, der wird geheilt. Ich habe keine Sachen. Ja. Ich habe mit Hand gegen den Ender-Dragon gekämpft, bei denen. Hä? Das ist logisch. Oh, hinter mir. Ich habe ihn angeguckt. Oh. Meine Sachen wegschmeißen. Da. Da. Und ich habe ein halbes Leben. Was für ein krasser Schuss. Und ich bin gestorben. Bei der krasse Schuss. Ah. Also, also, es ist auf. Also. Ich sterbe noch einmal. Und... Wir beiden sterben noch einmal. Dann war es mit dem... Mit dem Video. Ja, weil wir müssen noch schlafen. Und es ist... Wir müssen... Es ist ganz spät. Und wir müssen schlafen. Hat er schon gesagt. Und ihr seht, ich baue mich noch mal nach oben. So, ich bin zu lang. Und jeden Tag um 13 Uhr kommt ein neues Video. Also. 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 Also unbedingt anschauen. Wenn ihr es könnt. Und macht bitte ein Like da. Wenn ihr es könnt. Wenn ihr es mögt. Und unser zweites Video kommt über... Über eine Villa. Ja, aber... Da... Da... Da mache ich irgendwas, ein Geheimnis. Aber das wird ihr bald um 13 Uhr anschauen. Und dann wird ihr es sehen, ja? Ja, und... Ja, und da sind so Endemands. Die gucke ich niemals in den Augen an. Gucken nach unten. Oh, oh, oh. Und abgänglichen. Eine Kurve nach rechts. Und eine Kurve nach links. Und eine nach rechts. Und nicht angucken. Bist du da? Weiter. Sieht, da können wir nicht jetzt rein. Wir brauchen das jetzt für unsere Sachen. Aber wir suchen die ganze Zeit. Und oder den Ender. Oder rein spielen. Aber ja. Oh, nicht angucken. Nein, ich habe ihn angeguckt. Geh, weg, du kleines Fies-Flinger. Ist er hinter mir? Nein. Er sagt nur eine Sache. Die meisten Endermäße teleportieren sich immer hinter ein oder vor ein. Und ich bin gestorben. Das heißt, die Challenge habe ich wohl gewonnen. Weil ich mich die ganze Zeit hochbauen muss. Und das 10 Stunden dauert. Und ich bin gestorben. Ich glaube, ich spiele noch eine Runde. Und dann geht er wieder ins Lager. Und dann geht er wieder ins Lager. Und dann hat er Santa bauen. Nur noch ein Block endlich. Und das dauert, ne, mit der Spitzhack geht es schneller, nicht angucken. Also, es war, das war cool, aber wir haben leider verloren, ist nicht schlimm. Ja, wie ihr seht, lasst ein Like und ein Abo und wir sehen uns morgen um 13 Uhr. Tschüss!